Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. iClip Fazit nach ungefähr eineinhalb Jahren. Ja, zu Beginn des Videos ganz kurzer Disclaimer. Den iClip habe ich selbst gekauft und selbst bezahlt. Aber ich werde euch im Verlauf dieses Videos auch ein bisschen was an Zubehör vorstellen, das ich persönlich auch mit dem iClip verwende. Und das wurde mir zum Teil als Produkthilfe, also ohne Werbebotschaft von Herstellern kostenfrei zur Verfügung gestellt. Das also nur eine Transparenz halber, wobei ich das wahrscheinlich nicht kennzeichnen müsste. Aber ja, wie gesagt, euch gegenüber möchte ich gerne fair sein und einmal ganz kurz darauf hinweisen. Gekauft habe ich den iClip am 05.10.2016 direkt im Webstore bei iClip. Damals für 34,15 Euro inklusive Versand. Inzwischen sind sehr, sehr viele Varianten des iClips. Also Varianten bedeutet die Lasche, die hier oben bei mir aus schwarzem Leder ist. Da gibt es eben verschiedene Laschen, die ihr auswählen könnt. Verschiedene Designs, verschiedene Materialien. Und da gibt es in der Zwischenzeit sehr, sehr viele dieser Varianten auch direkt bei Amazon zu kaufen. Ich verlinke dir euch einmal unten in der Videobeschreibung das Produkt, das ich damals bekommen habe. Ich glaube, ich habe es so eine halbe Stunde gebraucht und habe mir das alles mal angeguckt. Habe mal so ein paar Geldscheine reingefaltet, das mal auf und zu gemacht und war sofort vom iClip begeistert. Das kann man nicht anders sagen. Und dann nach ungefähr drei Monaten habe ich so einen kleinen Dämpfer bekommen. Und zwar habe ich den iClip einfach aus der Hosentasche gezogen. Und dabei ist mir aufgefallen, oh wei, dass die Karten sitzen irgendwie nicht mehr so feste drin. Und ihr seht, was das Problem war. Der Rahmen war gebrochen. Ich habe dann direkt am gleichen Tag ein Foto gemacht und habe das zu iClip per E-Mail geschickt. Und habe, glaube ich, eine halbe Stunde später schon eine Antwort bekommen. Sorry, sorry, der neue iClip ist bereits auf dem Postweg zu dir. Also Service, tipptopp. Und ich habe dann im Nachgang irgendwann auf der Webseite von iClip erfahren, dass es wohl mal eine Produktcharge gab, die Probleme hatte mit dem Material, sodass die Rahmen ab und zu mal gebrochen sind. Das ist aber irgendwann oder relativ schnell dann aus dem Weg geräumt worden. Und ihr seht es ja, diesen iClip hier, den habe ich eben seit über einem Jahr in Verwendung. Und bis auf so ein bisschen Patina am Leder und am Rahmen steht der noch tipptopp da. Da ist nichts rausgebrochen, abgebrochen. Der Druckknopf hier sitzt nach wie vor super feste dran. Die Lederlasche sitzt hier wie am ersten Tage fest drin. Also das ist überhaupt kein Problem. Materialwahl, ich glaube, der Hersteller nennt das, was hier im Rahmen verwendet wird, Robustness. Das ist so ein spezielles Kunststoff, das hier für entwickelt wurde. Habe ich auf jeden Fall gelesen. Ja, bin ich tipptopp zufrieden mit. Da lässt sich überhaupt nichts meckern. Wenn ich mir eure Kommentare unter meinen Videos anschaue, dann bekomme ich immer wieder die Frage gestellt, verkratzen die Karten im iClip nicht. Und ja, es führt das nicht dazu, das Aneinanderreiben der Karten beim Raus- und Reinschieben, dass meine Kreditkarte nach einem Monat im iClip defekt ist. Also, ich kann euch sagen, ich verwende den iClip extrem häufig und habe ihn jetzt seit über einem Jahr in Verwendung. Und keine meiner Karten hat bis auf vielleicht so ein paar, ich sag mal, Kratzerspürchen irgendeine Funktion eingebüßt. Ich musste noch keine Karte austauschen. Es funktioniert alles genauso, wie es sein soll. Heißt also, die Karten leiden oder litten in meinem Fall jetzt hier auf jeden Fall überhaupt nicht unter der Verwendung im iClip. Ich kann hier also nur Positives berichten. Und diese Angst hatte ich zu Beginn natürlich auch so ein kleines bisschen. Ja, der kann ich komplett oder das kann ich komplett vorwegnehmen. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen. In meinem Fall auf jeden Fall war das überhaupt gar kein Problem. Eine wunderschöne Patina hat der iClip angenommen. Das oben in meinem Fall ist ja echtes Leder. Ihr seht es vielleicht hier bei der Variante, die damals ungefähr drei Monate in Verwendung war. Da glänzt das Leder richtig stark. Hier ist es ein bisschen matter geworden. Ich trage ihn immer in der vorderen Hosentasche. In der Regel in der vorderen linken Hosentasche, weil rechts mein Handy ist. Und ja, hin und wieder schwitzt man natürlich auch mal ein bisschen etc. Und da seht ihr einfach, wie sich das Material verändert. Finde ich wirklich schön. Also der iClip ist, ja, seit über einem Jahr gefällt er mir eigentlich noch genauso wie am ersten Tag. Und auch der Rahmen hat so ein paar Mini-Kratzerchen abbekommen. Aber Material hält nach wie vor. Ja, ich finde, man sieht einfach, dass man ihn seit einem guten Jahr in Verwendung hat. Aber das überhaupt nicht negativ, sondern im Gegenteil. Ja, ich nenne es mal Patina, die das Produkt hier angenommen hat. Passt auf jeden Fall. Gefällt mir nach wie vor sehr, sehr gut. Ich habe eben schon ganz kurz über das Thema Zubehör gesprochen. Wenn ich mir eines der Aspekte mal rauspicken soll, die unter meinen Videos mit am häufigsten gefragt werden, wohin mit meinem Kleingeld. Für mich persönlich ist das weniger ein Thema. Wenn ich Kleingeld bekomme, dann packe ich das in die Hosentasche. Wenn ich heimkomme, dann kommt es irgendwie in eine Spardose von unserem Kleinen rein oder irgendwo in ein Aufbewahrungsgefäß oder ins Auto oder wo auch immer. Ich habe mit dem Thema Kleingeld persönlich nicht so das Riesenproblem. Ich weiß aber, dass ein Großteil meiner Abonnenten da einen Fokus drauf liegt. Mittlerweile ist es so, dass diverse Hersteller Produkte, Ergänzungsprodukte für Slim Wallets, die natürlich auch in den iClip reinpassen, entwickelt haben. Um auch Münzgeld, Schlüssel, SD-Karten etc. in einem Slim Wallet, also auch in dem iClip transportieren zu können. Dazu, ich greife mal hinter mich, gehören diverse Produkte. Ich habe hier zum Beispiel zwei sogenannte Coin Cases aus dem Hause Arandano. Einmal Anthrazitfarben und einmal Orange. Dann habe ich einen Coin Case von Guttalier und dann habe ich einen Coin Case von Slim Puro. Das war damals auch das Erste, was ich hier auf meinem Kanal vorgestellt hatte. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen gut erkennen. Im Grunde handelt es sich um Aluminiumrahmen, die jetzt, ich nehme mal den Slim Puro Coin Case kurz zur Seite, die im Grunde genauso dick sind wie eine Münze und das Ganze verhindert. Also ich lege hier mal so einen Euro rein mit der Orangen und da ist der Kontrast unter der Kamera einfach größer. Und ich lege hier einfach mal so eine Karte drüber, eine ganz normale Kreditkarte. Und ihr seht, das sitzt hier so feste drin, dann das Geldstück, dass es eigentlich kaum Möglichkeit hat, irgendwie zu wackeln und Geräusche zu produzieren. Von der Anwendung her ist es so, dass dieses Coin Case einfach mit in den iClip reingeschoben wird. Ich persönlich nutze es hier auf der unteren Seite mit der Öffnung nach unten. Und ihr seht schon, wie einfach das geht, wie einfach das rauszuschieben geht. Und hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, eure Münze mit reinzupacken. Und ihr seht, ein kleines bisschen wackelt es aber kaum. Wenn man ganz dolle nach rechts und links wackelt, dann fällt die Münze minimal hin und her. Aber man merkt es wirklich kaum. Slim Puro ist nun hingegangen und hat diese Coin Card minimal dicker gestaltet. Hier seht ihr es vielleicht. Und hat hier so ein Filz oder so ein kleines Stück Stoff hier reingeklebt, sodass auch am Rand die Münze, wenn sie irgendwo gegenschlägt, nicht mehr Geräusche produzieren kann. Und noch ein weiterer Unterschied zu der Arandano Karte ist, dass hier so kleine Rillen eingearbeitet sind, mit denen man, wenn die Karte im iClip drin sitzt, Ich zeige es euch mal. Wenn man sie ein bisschen rausgeschoben hat, dann kann man sie hier mit der Rille ein bisschen vorziehen. Aber dafür ist das Ganze einfach etwas dicker, als das bei der Karte hier von Arandano oder zum Beispiel auch von Guttalier ist. Ich verlinke die euch alle mal. Da ist die Guttalier-Karte. Ich verlinke euch die alle mal unten in der Videobeschreibung. Schaut sie euch einfach mal selbst an. Grundsätzlich kann ich das, wenn ihr euch für oder wenn das Thema Kleingeld im Slim Wallet für euch einfach wichtig ist, kann ich euch das nur empfehlen, eine solche Karte zu verwenden. Lässt sich hier sehr, sehr einfach betreiben. Ich kann natürlich auch Geldscheine kleinfalten und die hier reinpacken, Schlüssel etc. Also da sind wirklich alle Optionen da und das erweitert das Nutzungsspektrum eines Slim Wallets nochmal unglaublich. Okay, ich packe die mal zur Seite und wir sprechen jetzt mal über, ich sage mal, ich würde dem iClip grundsätzlich 9,5 von 10 Sternen geben. Warum 0,5 Sterne Abzug? Und zwar habe ich persönlich oder liege ich persönlich einen ganz, ganz starken Wert auf das Thema Schutz meiner Kreditkarten, Bankkarten, Personalausweise etc., die über die kontaktlose Bezahloption verfügen. Und zwar ist es so, dass diese Miles & More Mastercard einen Funkchip integriert hat, mit dem ich kontaktlos bezahlen kann. Ich habe hier mal so ein Lesegerät, hier mal eine Karte, ich halte die drüber und ihr seht, was passiert. Ich kann damit kontaktlos bezahlen. Ich habe zu diesem Thema RFID NFC Security ein eigenes Video gemacht. Wer da Interesse daran hat, ich verlinke euch das mal hier oben. Da könnt ihr da mal reinschauen. Und zwar geht es darum, dass kontaktlos, also einfach nur Karte in der Nähe eines Lesegeräts halten, zum Beispiel Kreditkarten, Nummern und auch andere sensible Informationen übertragen werden. Heißt also, wenn jemand hinter euch steht mit einem Lesegerät, das kann zum Beispiel auch ein NFC-fähiges Handy sein mit einer entsprechenden App, dann ist er in der Lage, Informationen von eurer Kreditkarte auszulesen, ohne dass ihr das eventuell sogar mitbekommt. Der iClip hat nun keinen Schutz integriert, der das verhindert. Also Karte im iClip drüber halten, ich kann damit kontaktlos bezahlen. Das ist natürlich ein Komfort-Mehrwert. Ich muss die Karte nicht mehr rausnehmen, um damit bezahlen zu können. Der Hersteller selbst sagt auch, okay, die Gefahr, die iClip darin selbst sieht, ist nicht sonderlich groß. Ich persönlich sehe das anders. Ich erkenne die Gefahr hier absolut. Und mittlerweile ist es so, dass iClip eine eigene RFID-Blocking-Lösung anbietet. Im Prinzip sind das zwei Karten oder zwei, ich denke mal Carbon wird das wahrscheinlich sein, Karten in Form einer Bankkarte. Eine packe ich ganz unten rein und eine ganz oben. Also ich schließe sozusagen meine Karten oben und unten mit dieser Blocking-Lösung ein. Und das Material dieser Blocking-Kart verhindert dann, dass diese Frequenzen hier ausgetauscht werden können. Nachteil aus meiner Sicht ist, dass ihr zwei Karten braucht. Ich persönlich nutze, und da zeige ich euch jetzt mal einen zweiten Lösungsansatz, sogenannte RFID-Störsender und zwar aktiver Art. Ich habe hier eine Karte von Guttallier, hier eine von Makaka on the Run, hier von Securify und hier von Slimpuro. Diese Karten sind aktive Störsender. Das Schöne daran ist, die haben die Form einer Kreditkarte. Das heißt, ich kann die hier einfach, ich nehme mal hier die von Securify, ist vollkommen wurscht, packe die einfach mal hier oben rein und ihr seht, was jetzt passiert. Ich halte das drüber und meine Daten sind nicht mehr auslesbar. Hier ist keine Batterie drin verbaut. Diese Karten beziehen ihre Energie durch das Lesegerät und senden dann eine so starke Störfrequenz aus, dass die Kommunikation zwischen Karte und Lesegerät, also Kreditkarte und Lesegerät, gestört wird. Heißt also im Klartext, euch reicht eine von diesen Karten, um den gesamten iClip zu schützen. Die Technologie ist hier bei all diesen Herstellern, die ich hier liegen habe, relativ identisch. Also wie gesagt, Securify, Guttallier, Makaka on the Run und Slimpuro. Am Ende ist es sicherlich eine Frage Preis und Design. Ich verlinke euch die mal alle in der Videobeschreibung. Und hier auch nochmal kurz der Hinweis, diese Karten wurden mir vom Hersteller oder von den Herstellern kostenfrei zur Verfügung gestellt. Wie gesagt, keine Werbebotschaft. Ich verwende sie selbst, bin da auch überzeugt von und kann euch nur ans Herz legen, euch da mal einzulesen und euch das vor allem auch mal anzuschauen, wenn ihr den iClip on top absichern wollt. Wie gesagt, ich verlinke euch aber auch die iClip eigene Blocking-Lösung mal unten mit diesen zwei Karten. Ja, wem das eher zusagt, eher gefällt, der kann dann da auch mal reinschauen. Also ich würde jetzt mal sagen, mit einer ergänzten Blocking-Lösung bekommt der iClip von mir ganze 10 von 10 Punkten. Es gibt nichts, was ich hier dran aussetze. Super schneller Zugriff. Ich zeige euch vielleicht nochmal kurz, weil auch da immer wieder nach gefragt wird, wie kann ich das Geld oder wie wird das Geld gefaltet? Wie kann ich das Geld entnehmen? Und wenn ich vom Bankautomat komme, auch wieder einlegen. Super, super simpel. Ich gehe einfach hin, die Geldscheine und packe sie hier einfach unten alle in der einen Ecke so ein bisschen zusammen. So, dann nehme ich den iClip, halte ihn meistens hier so fest, dass ich die Lasche aufklappe. Dann werden die Scheine einfach hier reingeschoben. Geht super schnell. Ich mache mir jetzt auch gar nicht die Arbeit und falte die jetzt hier ganz, ganz fein oder knicke die ganz, ganz sauber hier rein, sondern ich gehe wirklich einfach hin und falte die Scheine einmal grob in der Mitte, wie ihr es jetzt hier seht. Also so einmal grob in der Mitte alle zusammen gefaltet. Schlage sie dann hier einmal um, sodass sie ungefähr hier von der Größe hier reinpassen und dann lege ich einfach die Lederlasche drüber und packe den oder macht den Druckknopf hier zu. Bei dem habe ich im Übrigen am Anfang auch so ein bisschen Bedenken gehabt. Hält der hier feste drin oder reißt das da raus? Nö, überhaupt gar kein Problem. Selbst mit vielen Geldscheinen, vielen Karten hält wirklich super hier drin. Und ihr seht, so schnell wird das Geld hier oder kann das Geld eingesteckt werden, wenn ihr an der Supermarktkasse einen Zehner zurückbekommt. Hier einfach hingehen, mit drunter stecken, einmal nehmen, falten und Lasche zu, fertig. Also tipptopp, das geht super, super schnell. Von daher mein Fazit nach wie vor eine ganz, ganz klare Kaufempfehlung in Kombination für alle, die sagen Münzen ist ein Thema. Hier nochmal diese Coin Cases, die eine wunderbare Option sind oder solche RFID Blocking Lösungen. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Ja, damit möchte ich aber jetzt nach ungefähr 15 Minuten, so lange habe ich jetzt schon wieder gesprochen, ans Ende kommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, würde mich wirklich über Kommentare unten einmal von euch freuen. Also wenn ihr Feedback dazu habt, lasst es mir gerne da. Ich bedanke mich, wie gesagt, nochmal bei euch fürs Zusehen. Lasst mir gerne ein Abo da oder auch einen Daumen nach oben, wenn euch das Video hier gefallen bzw. geholfen hat. Und ja, wir sehen uns spätestens in einem meiner nächsten Videos wieder. Macht es gut! Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.